Hallo, willkommen beim Waff Brigitte Nao, beim neuen Turnier. Das ist die Karin, mein Name ist Thomas, wir machen heute die Turnierleitung. Und der Assistent ist der Raphael. Wir freuen uns auf tolle, spannende Spiele. Wir befinden uns bereits im Achtelfinale. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Es wird spannend. Es werden tolle Ergebnisse und tolle Spiele. Wieder mal unser ganz tolles Waff-Turnier. Danke fürs Kommen. Unsere Kinder sind glücklich, das sieht man unten am Spielfeld. Wir haben viel Spielzeit, tolle Mannschaften. Viel Spaß ist immer wichtig. Ganz tolles Turnier. Und wir hoffen, dass wir weiter so tolle Spiele und Veranstaltungen machen können, damit wir weitere tolle und viele Spieler zur Waffe bekommen. Genau. Tschüss, Papa, viel Spaß. Was machst du hier? Ich bin der Turnier auf der Wienerhausen. Hat der andere Spieler keine Angst von dir? Nein. Das hat sie gemacht. Das haben sie bewusster gemacht. Ja, genau so heißt er unser Sportverein. Komm, hol die Fälle raus. Wer gut spielt, bekommt noch viel Platz. E-F-A-T-E-F-A-T-E. Wir werden diese Turniere gewinnen. E-F-A-T-E. Wir machen alle Platz. Super, super toll. Dankeschön, vielen Dank. Ja, der erste Platz. Hallo, ich heiße Philippe, wir sind FAC, wir haben heute den ersten Platz gewonnen. Blau wie die Donau, weiß wieder schnell, wir sind die Kids von FAC. Hallo, wir sind die Familien von WARF U8 und U9. Wir sind da, um die Kinder zu unterstützen. Wir sind sehr stolz auf unsere Kinder. Und ja, wir hoffen, wir können demnächst auch die anderen Turniere teilnehmen. Danke ihnen. Eins, zwei, drei, wo! Geh mal auf! 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 Wir sind hier eine große Familie, wir unterstützen unsere Kleinen. Hauptsache, sie haben Spaß. Und wir sind UNO MAUER! UNO MAUER! UNO MAUER! UNO MAUER! Bravo! Herzlich Willkommen, herz! Udi und Mauer gratuliert den Turniersieger! Jawoll! Ja, hallo, wir sind die U9 von den Sparta Juniors aus Deutsch-Wagran. Danke für die Einladung, für das tolle Turnier. Es macht echt großen Spaß dabei zu sein, oder Jungs? Ja, und Mädchen! Mädchen! Und wir haben auch ein Mädchen dabei, genau. Wie kommt unser Spruch? Drei, zwei, eins, auf Weltfahrt und an kämpfen, siegen! Ich grüße meine Mama und meine Familie. Es macht mir Spaß, Fußball zu spielen. Ich spiele auch eine andere Sportart, Hockey. Die macht mir auch sehr viel Spaß und ich freue mich, dass ich hier beim Turnier dabei sein kann. Wir sind die Eltern vom SV Essling und wir sind da für unsere Kinder. Eins, zwei, drei! Wir sind wir! Wir sind wir! Wir sind stärker als die Stier! Wir sind stärker als die Wahl! Wir sind stärker als die Stierens für zwei, drei! Wir sind stärker als die Stierens für zwei, drei! Sie können hart, weil man das Stierens betreut hat. Wir sind wir! Wir sind wir! Wir sind stärker als die Bär! Wir sind stärker als die Bär, weil wir es bauwästiger sein! Wir sind Wiener Sportclub! Wiener Sportclub! Wiener Sportclub! Wir sind hier! Wir sind da! Wir sind die Kinderbank ESC! Wiener Sportclub! Wiener Sportclub! Wiener Sportclub! Wir sind der SV Gerersdorf-Stammersdorf und mein Name ist Lukas Leitner, ich bin der Trainer von dieser Truppe da, das ist die U9 von SV Gerersdorf-Stammersdorf und uns ist besonders wichtig, dass wir Spaß haben, Fußball ist super wichtig, dass die Kinder fit bleiben, dass sie sich bewegen, dass sie koordinativ etwas lernen und am allerwichtigsten ist natürlich, dass wir Spaß dabei haben. Und jetzt hört ihr unseren Spruch. Wir sind der SV Gerersdorf-Stammersdorf-Stammersdorf, wir sind die Welt, wir sind der SV Gerersdorf, wir sehen die Welt, wir wollen FHG! 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 Liebes Publikum. Hier ist der Trainer von der U8 und der U9. Heute haben wir hier den lieben Kian. Grüß dich Kian. Wie geht's dir? Gut. Gut. Bist du ein bisschen nervös, ein bisschen entspannt, sag ich einmal? Ein bisschen entspannt. Okay, super. Heute haben wir hier das Herbstturnier, also U9. Es findet zwischen ca. 15 Mannschaften statt. Und wir haben gleich unser erstes Spiel. Wie gesagt, der Kian ist schon aufgeregt. Auf welcher Position spielst du heute, Kian? Rechtsverteidiger. Der ist noch ganz gut auf die Aufstellung, sag ich mal. Okay. So, liebes Publikum, hier haben wir dann noch einige Spieler von der U9 hier. Zum Beispiel den Ogi, der Mustafa, das sind auch sehr gute Spieler hier. Ansonsten, ja, sag ich einmal, viel Spaß beim Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt ihr noch was zu sagen? Nix, oder was? Ihr wollt jetzt unbedingt vor die Kamera. Ich will. Ja, bitte. Ich bin überrascht gegen welche Mannschaften zu spielen, ja. Ja. Ich grüße meine Mama. Will noch jemand jemanden grüßen? Deine Bruder ein bisschen köh ist. Ich grüße meine Familie. Und wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Zusehen. Dankeschön. Heute darf ich wieder mal bei der Mühle mithelfen. Und beim Turnier diesmal. Ich bin jetzt zu Hause. Das nächste Mal werde ich zu Hause sein. Und dann vielleicht wieder zu Hause. Und dann geht's zu mir. Tschüss. Hallo, ich bin Trainer Roman. Wir sind hier beim Wach-Turnier. Und um 9 Uhr. Die U8 hat auch fleißig mitgespielt. Die war ziemlich fleißig auch. Wach gekämpft, ja. War ein hartes Turnier bis jetzt. Leider sind wir schon ausgeschieden. Aber das macht nichts. Wir haben was gelernt. Wir sind erfahren und weicher. Und wir freuen uns schon auf das nächste Turnier. So, jetzt. Jetzt. Ganz raus. 1, 2, 3, 4. Bravo. Klasche. Klasche. Ich heiße Marike. Ich spiele gern Fußball. Und ich spiele um 9. Und ich grüße jeden Tag. Das war's wirklich so. Das war's für ein super ró Spiegel. Ich bin miraferbar. Ich bin genau klar. Ich bin genau klar. Gibt es nicht echt. Ich bin noch nicht. Das ist ein Doppelkass. Das ist ein Doppelkass. Danke schön!